willkommen zurück zu einer weiteren episode von human fall flat und angewandert frag mich eigentlich ob der ob das mein audio level ich habe mich wieder am fenster gehangen ich habe mich im fenster ich habe ich einfach das machen warum wir hier hochgeklettert sind nein okay warte ich hier dann gehe ich kurz auf toilette brauchst du eh noch ein bisschen ja genau oh mein gott alter dieses spiel ist unfassbar witzig und ich weiß jordan ist einfach mal runter geht das kann ich einfach darunter werfen also habe ich muss ich mache schon mal auf weil ich kenne ich habe keine regrets keine regrets runtergeworfen was man das würde ich dann nicht machen ich gucke mal ob ich darüber springen kann nein nein warte auf mich das kann die kenne warte doch nein Sascha da war richtig nein Sascha die kette nein die kette nein die kette nein wirst du zusammenarbeiten Sascha sonst fällst du nein mit mir ich wollte mich unten so so episch noch mit dem candy cane irgendwo ranhängen Wagner WURD warum machst du das Sascha why du musst mich nie problemachen nein Nein, ich bin hier dran. Ich bin hier dran. Lass nicht das kein Ding los. Tja, dann halt nicht. Nimm nichts. Nix. Okay, was passiert jetzt? Oh oh, ich bin fallen. Bist du dran gekommen? Das nehme ich jetzt rein. Warte, ich angel dir die Schnur. Ich brauche keine Schnur. Nur Noobs brauchen Schnur. Wo muss ich denn hin überhaupt? Ach, hier habe ich die Schnur. Nein, doch nicht. Wo muss ich hin? Nein. Warum? Bist du da noch dran? Ja. Wo musst du denn hin? Nein. Keine Ahnung. Wo muss ich das wissen? Gib dir mal das Candy Game mit. Ähm. Keine Ahnung was da. Ich glaube es wird direkt rechts rund dir. Ich glaube auch, ne? Also so. Das schaffe ich doch niemals da hinten hin. Ja, doch. Du musst ja nur swingen. Like the chandelier und so. Like a chandelier. Like a chandelier. Fang jetzt sicher nicht wieder an mit dir zu denken. Ich habe es sogar geschafft, ohne mich irgendwo dran zu hangen. Ich bin einfach da gelandet, weil ich Pro bin. Und du nicht. Oh, ein Fass. Fass. Ich habe jetzt keine Lust das Fass zu rollen. Ich gehe lieber diese Treppe hoch. Ich bin jetzt bei der Windmühle. Oh mein Gott. Muss man das tun, was ich denke, was man tun muss? Anscheinend ja. Das Spiel hat uns in dieser Hinsicht noch nie disappointet. Wunderbar irgendwas mit dem Fass hier. Nein. Nein. Oh, nein. Das war's nicht. Au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin auf der Windmühle. Ich weiß nicht, ob ich auf die Windmühle muss, aber ich bin da. Soll ich von drüben. Ich glaube, das was du gemacht hast, ist richtig. Ich glaube auch. Ja, dann mache ich das jetzt auch, weil ich bin nämlich ziemlich Pro. Ich bin Windmühlen-Experte. Warte. Warte. Das ist nämlich gerade eben. Warte. Warte. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Ne, warte. Ich mach das. Du stellst dich mal genau hier hin. Okay. Ich stelle mich genau hier hin. Ah, es ist daneben gespawnt. Ah, ja. Pass auf, pass auf, guck mal hier hinten. Ah, Wippe bauen. Klar. So, dann erstmal schon mal das Amboss wieder da rüber. So. Warte, warte. Lebe ich dir das Brett schon mal hoch? Moment, Moment. Du, das Brett da weg. Ne, das Brett soll ja da drunter. Ja. Ja, das Brett soll da drauf. Äh, meine ich ja, sorry. Aber jetzt müssen wir es nur wieder da hinkriegen, wo das Amboss vor uns. So, irgendwie. Ja, so müsste passen. Gut. Ein bisschen weiter nach hinten, glaube ich. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier drauf. Mach du mal einen Probelauf. Ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht so machen soll. Oh. Wui. Nein. Ich glaube nämlich, man soll nämlich eigentlich einfach den Amboss nehmen und den als Gewicht da drauflegen und dann einfach da hochlaufen. Quasi so. Alter, ich kann dieses Ding nicht hochheben, das ist schwer. Ja. So. Und jetzt hier drauf. Wahrscheinlich sind wir zusammen zu schwer. Wir müssen jetzt den Winkel steiler machen. Ja, ich hab's versucht, darüber zu schieben, aber von der Seite geht das nicht. So, das sollte doch passen jetzt. Ja, so gut. Du darfst zuerst. Ja, so gut. Ich schwinge jetzt zu sehr. Ja. Ich hab's nicht geschafft. Shame. Wieso kann ich mich nicht hochziehen? Egal, du hast gesaved. Ich mach Yolo-Jump. Ja, du hast grad gesaved. Ich mach einen Yolo-Jump. Ja. Ähm. Hier ist kein Candy Cane. Hier ist bestimmt ne Trap Hole drunter, ne? Wunderbar, da ist ne Trap Hole drunter. Was machst du denn da? Geht's unten weiter? Ja. Aber hier ist noch nur ein Eimer, ich will den Eimer haben. Mit dem Eimer sollte man wahrscheinlich sonst das Ding kaputt machen. Da bin ich mir sogar fast sicher. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Ich krieg diesen Eimer, ne? Oh ja, das hier will ich umwerfen. Das ist doch wo bin ich. Ich denke mal an der Wand. Wir müssen hier doch irgendwas irgendwie umwerfen können. Hast du denn was zum Umwerfen? Nein. Also ein Gegenstand, mit dem wir was umwerfen. Nein, nein. Ich habe ja weder was zum Umwerfen noch etwas, womit ich etwas umwerfen kann. Ich glaube, den Steinchen kann man rausziehen. Ach, ich weiß nicht wie. Ansonsten kletter ich jetzt einfach hier hoch. Ich kletter jetzt einfach mal hier hoch. No regrets. Ist das Schleichwerbung? Was? Nein. Werbefreier Channel. Echt? Nein. Schade. Irgendwie muss ich da auch mein Geld verdienen. Ich muss auch über die Runden kommen. Willst du auch arbeiten? Ja, genau. Sag ich ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Wow. Hast du es gesehen? Ja. Ich kletter gerade mal anderswo und da bist du an mir vorbeigeslidert mit dem Ding. Ich glaube, du bist gerade actually über mir. Was? Ich bin doch nicht über dir. Ich würde auch keine Steine nach dir werfen. Ausdrei. Wow. Das musst du mir schon geben. Ich bin richtig stylisch von dem Ding abgesprungen. Ja, das stimmt. Fuck, Alter. Das nächste. Ich habe keinen Fickzack gemacht. Hier sind Katapulte, Sascha. Katapulte sind eine gute Sache. Alter. Diese Steuerung ist so lanky, ne? Die ist voll geil, die Steuerung. Und auch so irgendwie, wo du drauflaufen kannst und wo nicht, das ist so voll rutschig, ne? Okay. Tschüss. Okay. Okay. Na ich glaub du musst dich höher schießen und ich muss dich an dem Scheißding festhalten Beziehungsweise setzt du dich rein an der Tür festzuhalten Mach dich darauf gefasst dich an der Tür festzuhalten Ja Aber du schießt mich an der Tür vorbei Nein bitte nicht So das Problem ist wie leck ich das Catapult jetzt Aber wir haben echt schon die verkackt Fuck me Ne 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 Es funktioniert bestimmt Nein es funktioniert nicht Was machst du da? Ich versuch das hier runter zu ziehen weil dann respawn das hier Ich schiebe Ok nevermind nevermind hier unten gehts nicht weiter Ziehs zurück ziehs zurück ziehs zurück Jetzt spann das mal spann das Jetzt stehts gut wir müssen zu so noch spannen Nein Ein bisschen noch. Kommst du da rein? Versuch's. Ich wills auch nicht voll spannen, ehrlich gesagt. Oh fuck, oh tschüss. Ich hab den Kopf gebrochen, komm! Ich bin voll auf den Kopf gelandet. Oh, und gerade. Nein. Also ich hänge dran. Ich dreh das Ding noch weiter runter. Ich hätt's runter gedreht. Ich bin gegen die Drehstange gekommen, da ist es sich runter gedreht. Bin drin. Okay, warte, 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 warte. Dann bin ich bereit. Dann mit beiden Händen nach vorne, Alter. Das sieht so geil aus, wie der in diesem guter Puls sitzt. Okay. Das kann alles nur gut gehen. Oh wow. Okay. Und. Los. Es funktioniert! Au. Es funktioniert nicht. Ja doch, du musst das Katapult nur wenn der Autor ist. Ich glaub wir haben's gebrokt. Ah, nicht unbedingt. Oh mein Gott, Alter. Was passiert, wenn du das Katapult jetzt nochmal abfeuerst? Das klackt mir wieder zu. Okay, ich lass hier schon los. Ich glaub das reicht sogar schon. Kommt man denn da rein? Da ist so ein Ding. Das Gitter, ja. Ja. Aber da ist ein Loch drin. Der ist so rein schießt. Oh mein Gott, das äh, das ist ein schönes Ende für die Folge finde ich. Danke fürs Zuschauen bis jetzt. Soll ich versuch jetzt das äh. Ich versuch jetzt das Katapult abzutreiben.